Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute die siebte Folge von L.S. Ellerbach. Heute wieder in der BGA. Nächste Folge wird es wahrscheinlich wieder am Hof Mayer sein. Aber ja, ich will das noch fertig machen. Und ja. Also, halt wenn ich immer an einem Ort unterwegs bin, heißt BGA, Forst, Gemeinde, dann ist das so, dass ich dann immer fertig mache, die Sachen. Also, wenn ich was angefangen habe in der Folge und dann geht es sich nicht mehr aus, mache ich es in der nächsten Folge fertig und in der übernächsten bin ich dann wieder woanders. Das. Und ja. Wollte ich nochmal gesagt haben, Hof Mayer ist wieder was anderes, dadurch, dass es der Hauptplanpunkt. Das heißt, da bin ich die meiste Zeit. Da spiele ich auch die meiste Zeit. So, da schnappen wir uns noch den Ladewagen. Ich weiß nicht, ob eine dritte Folge. Die Folge von Elia ist, äh, von der BGA kommt. Kommt drauf an, wie... Das ist jetzt da, äh, ist... Das war es einfach so. Das ist ein Rappen. Und 17.000 hoch. Die Rest muss ich dann auch einfach aufglauben. Um. Und 17.000 hoch. Und 17.000 hoch. Und 17.000 hoch. Und 18.000 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 hoch. Untertitelung des ZDF, 2020 Schau kurz, wie lange ich schon aufnehme, 10 Minuten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 2 Uhr 21, ich habe gerade eben vor 11 Minuten, also vor der Folge habe ich jetzt die erste Folge von LS, LS Elabach getreht, also aufgenommen, LS Elabach EGA, durch die zweite Folge aufnehmen wir dann gleich im Anschluss und im Anschluss auf die zweite Folge von LS 19 Elabach BGA, nehme ich dann noch LS Tirol auf, eine Folge aber nur, weil ich muss jetzt dann schlafen, damit ich morgen um 8 Uhr schön ausgeschlafen bin, einfach ausgeschlafen, dass ich ein bisschen geschlafen habe, dass ich dann um 8 Uhr noch zwei Folgen LS Tirol aufnehmen kann und ja, bei LS Tirol nehme ich heute, das ist ja schon heute, ähm, heißt ähm, warte, 6., 6., 2. weiter, nehme ich insgesamt, also will ich, äh, 4 Folgen LS Tirol aufnehmen, und ja, aber ich bin jetzt schon so fertig, dass ich wahrscheinlich jetzt gleich nach der Folge hier schlafen will, und dann um 8 Uhr vier Folge am Stück LS Tirol aufnehmen, habe ich auch so viel rausbekommen, was hieß denn das? Folge am Stück Duster ein bisschen, aber ich glaube, ich bin jetzt schon ein paar Ah, ich habe jetzt schon schon mal gesagt, also hier noch einen Schauspiel, auch dabei, ich bin jetzt schon mal wieder, so ist da, wie dann die Leute drüge ich immer, Ich bin der Schocki-Forge. Ich bin der Schocki-Forge. Vielen Dank. So Leute, wie es weitergeht und vor allem mit welchem Charakter es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann, bleibt schau, ciao, ciao.